Hallo liebe MusicStore Kunden, heute möchte ich Ihnen ein Sonderangebot aus unserem mannigfaltigen Sortiment vorstellen, und zwar die Yamaha AX12 für im Moment gerade mal 165 Euro. Die Yamaha AX12 ist ein, wie der Name schon sagt, 12 Zoll 1 Zoll Lautsprecher mit einer Leistung von 300 Watt an 8 Ohm, einem Schalldruck von 97 Dezibel bei einem Gewicht von gerade mal 16,5 Kilo. Gehen wir mal auf die einzelnen Aspekte dieser Box ein. Die Yamaha AX12 ist ein passiver Lautsprecher mit einer 12 Zoll Membran. Und was ist an dieser Yamaha AX12, diesem 12 Zoll Lautsprecher denn so interessant? Nun, er ist gerade wegen des transparenten Mittenbereiches und der Brillanz in den Höhen durch den oben eingebauten Einzelhochtöner ein Garant für Gesangswiedergabe und Sprachverständlichkeit. Bei einer Leistungsaufnahme von 300 Watt an 8 Ohm und einem Schalldruckpegel von satten 97 Dezibel ist die Yamaha AX12 für alle möglichen Verbindungen an Power Mixer und Endstufen bestens ausgestattet, liefert dadurch einen durchsetzungsfähigen Klang und ist durch den Achtung Widerstand gut gegen Überlastung geschützt. Auf der Rückseite befinden sich die Anschlüsse über Speaker und Klinke. Fassen wir also nochmal alles zusammen. Lautsprecher 12 Zoll 1 Zoll Frequenzgang 60 bis 20.000 Hertz Schalldruck 97 Dezibel Leistung 300 Watt an 8 Ohm Anschlüsse 6,3 Klinke und Spicon Auf ein Stativ montierbar Schutzgitter aus solidem Metall Stabiler Griff Maße 90-60-90 Nein, pardon Maße 40,5, 57,8, 31,3 cm Und Gewicht 16,5 kg Mein Fazit Die Yamaha AX12 für 165 Euro mit drei Jahren Music Store Garantie ist die perfekte Lösung für eine preisgünstige Gesangsanlage. Ein vokaltransparenter Lautsprecher mit üppiger Leistung zum kleinen Preis. Alle Informationen wie immer auf unserer Internetseite unter www.musicstore.de Die Yamaha AX12 für 165 Euro mit drei Jahren Music Store Garantie ist die perfekte Lösung für eine preisgünstige Gesangsanlage. Die Yamaha AX12 für 165 Euro mit drei Jahren Music Store Garantie ist die perfekte Lösung für eine preisgünstige Gesangsanlage. Die Yamaha AX12 für 165 Euro mit drei Jahren Musicostniveik